In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach eine Aktie auf Trade Republic verkaufen kannst. Und um dir den ganzen Prozess natürlich viel besser zu veranschaulichen, springen wir direkt mal in meine Trade Republic App rein. Das ist hier mein persönliches Portfolio und hier verkaufen wir jetzt heute mal nur als Beispiel eine Intel Aktie. Wenn wir eine Aktie verkaufen wollen, gehen wir ganz einfach auf diese Aktie drauf und sehen dann auch schon drei verschiedene Buttons, die wir hier betätigen können. Zum einen könnten wir hier die Aktie verkaufen, kaufen oder einen Sparplan einrichten. In diesem Fall klicken wir natürlich auf Verkaufen, wenn wir eine Aktie verkaufen wollen. Um uns jetzt allerdings erstmal alle verschiedenen Möglichkeiten anzeigen zu lassen, wie wir hier eine Aktie verkaufen können, klicken wir zuerst einmal oben rechts in die Ecke, wo bei mir Betrag steht. Hier sehen wir dann die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir hier beispielsweise Aktien verkaufen können. Die ersten beiden Möglichkeiten, also nach Betrag oder nach Anteil sind hier, dass wir zum aktuellen Marktpreis verkaufen und uns da entweder festlegen, ob wir eine ganze Aktie verkaufen wollen oder eine bestimmte Summe beispielsweise verkaufen wollen. Wenn wir eine bestimmte Summe verkaufen wollen, dann könnten wir hier beispielsweise 20 Euro eingeben, könnten auf Weiter klicken und müssten dann die Order bestätigen, sodass wir die Aktienanteile verkaufen können. Wir sehen hier schon, damit wir genau auf 20 Euro kommen, müssten wir hier einen Bruchteil von 0,64 Aktien beispielsweise verkaufen. Schauen wir uns jetzt allerdings auch mal die zweite Möglichkeit an, und zwar nach Anteilen zu verkaufen. Hier müsste man dann die gesamten Anteile angeben, die man verkaufen möchte. Wir könnten hier beispielsweise mal angeben, dass wir eine Aktie verkaufen wollen. Dann klicken wir hier auf Weiter und sehen hier, dass wir eine Aktie, also eine gesamte Aktie zum aktuellen Marktpreis verkaufen würden. Die dritte Möglichkeit, eine Aktie zu verkaufen, wäre der Verkauf per Limit Order. Klicken wir hier mal drauf und schauen uns das Ganze an. Bei der Limit Order könnten wir dann beispielsweise einen Preis angeben, wie hier beispielsweise 33 Euro. Und sobald der Aktienpreis dann über 33 Euro drüber steigt, würde unsere Aktie automatisch verkauft werden für entweder 33 Euro oder alles, was über 33 Euro ist. Hier müssten wir dann außerdem noch auf Weiter klicken und dann einmal die Anteile angeben, die wir dann verkaufen wollen würden. Das heißt, hier wird die Aktie dann ansteigen in dem besten Fall auf 33 Euro und dann würden die Anteile, die wir festgelegt haben, automatisch verkauft werden. Also haben wir hier die Möglichkeit festzulegen, dass wir ein Minimum an Verkaufspreis haben wollen, wie beispielsweise hier 33 Euro. Hier sollte man allerdings immer darauf achten, dass wenn man die Aktie relativ schnell loswerden möchte, dass man vielleicht den Preis relativ nah an den Limitpreis setzt. Weil wenn wir beispielsweise einen Aktienkurs von 50 Euro haben und den Limitpreis bei 100 Euro setzen, dann wird das in den meisten Fällen ziemlich lange dauern, wenn überhaupt, bis dieser Preis erreicht wird. Und die letzte Möglichkeit, eine Aktie zu verkaufen, wäre hier die Stopp Order. Was bedeutet, dass wir diese Aktie verkaufen wollen, sobald sie unter einen bestimmten Preis fällt? Hier könnten wir beispielsweise angeben, dass die Intel Aktie verkauft werden soll, sobald sie unter 25 Euro fällt. Und da müssten wir hier genau auch wie bei der Limit Order noch die Anzahl angeben, wie viele Aktien wir dann verkaufen wollen. Und somit kann man sich quasi absichern, dass man Aktien automatisch verkauft, sobald sie unter einen bestimmten Preis fallen. So, und um dir jetzt einmal zu zeigen, wie das genau abläuft, wenn wir eine Aktie verkaufen, werde ich dir jetzt einmal einen Verkauf der Intel Aktie demonstrieren. Ich werde hier einen Anteil der Aktie verkaufen, was du meistens nicht machen solltest, denn du solltest schon aufpassen, dass du hier mehrere Anteile oder größere Summen verkaufst, um nicht so hohe Gebühren zu haben. Ich mache das jetzt nur, um es dir einmal zu demonstrieren und dann klicken wir hier auf Weiter, sehen dann nochmal unsere Order Details. Das heißt, aktueller Preis 30,93 Euro ein Anteil und jetzt klicken wir auf Verkaufen, dann wird nochmal die Identität gecheckt und wir sehen hier, die Market Order wurde erstellt. Und wenn wir jetzt weiter klicken bzw. weiter warten, dann sehen wir auch, dass eine Aktie gleich sofort verkauft wurde. Um uns dann den Verkauf nochmal im Detail anzuschauen, können wir auch bei uns aufs Profil klicken, also unten rechts wieder in die Ecke und dann hier sehen wir die letzten Aktivitäten, den Verkauf der Intel Aktie. Dann sehen wir hier, dass ich eine Minusrendite von 30,88% gemacht habe und wenn wir dann dort drauf klicken, dann sehen wir nochmal alle Details zum Verkauf. Also einmal den Verkauf der Intel Aktie, ein Anteil über die Lange und Schwarz Börse und zu einem Preis von 30,93 Euro. Außerdem sehen wir dann weiter unten noch, dass wir einen Fremdkostenzuschlag von einem Euro hatten. Das war nämlich das, was ich gerade schon angemerkt habe, dass wir hier also eine Fremdkostenpauschale, also quasi Ordergebühren von einem Euro haben. Wenn wir jetzt allerdings Aktien, beispielsweise 10 Aktien verkauft hätten, dann würden diese Kosten sich trotzdem immer noch nur noch auf einen Euro belaufen und somit potenzial natürlich viel geringer sein als jetzt in diesem Beispiel. Und um weitere Details zum Verkauf zu kriegen, können wir hier ganz unten bei Dokumente auch nochmal auf Abrechnung klicken. Dort sehen wir dann nochmal die Abrechnung im Detail oder weiter darunter die Kosteninformation, wo wir dann auch nochmal die gesamte Kosteninformation sehen. Und so einfach kannst du also deine Aktien auf Trade Republic verkaufen, also einmal nach der Market Order, wo wir entweder den Anteil der Aktien angeben oder den Betrag, den wir verkaufen wollen. Nach der Limit Order, wo wir quasi ein Limit festlegen und alles, was da drüber ist, dann wird die Aktie verkauft. Oder mit der Stop Order, wo wir festlegen, dass ab einem bestimmten Preis und alles darunter diese Aktie verkauft wird. Und falls du selber noch kein Depot bei Trade Republic hast, schau gerne mal in meine Videobeschreibung. Wenn du dich über diesen Link dort anmelden würdest, würdest du meinen Kanal unterstützen, selber allerdings keinen Cent mehr bezahlen. Also schau dir doch sehr, sehr gerne einfach mal das Angebot von Trade Republic in meiner Videobeschreibung an. Ich habe dir dort direkt den Link reingepackt.